Auch die Herren der Politik verlieren schon mal die Kontenance. 2005 bei einem Wahlkampfauftritt von Oskar Lafontaine. Es antwortet der PDS-Wahlkampfleiter Bodo Ramelow. 21. Dezember 2022, sächsische Linken-Mitglieder beantragen Parteiausschluss von Ramelow. Wie das Nachrichtenmagazin Der Spiegel berichtet, haben sie einen entsprechenden Antrag bei der Thüringer Schiedskommission der Linken gestellt. Anlass soll Ramelows Haltung zum Ukraine-Krieg sein. Er hatte sich für Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen und sich damit gegen die Linie der Parteiführung gestellt. Laut Spiegel werfen die Antragsteller Ramelow vor, die Partei noch mehr zu spalten und in ihrer Existenz zu gefährden. Ramelow selbst sagte nach Angaben eines Regierungssprechers, ich habe den Brief mit dem Antrag auf Parteiausschluss zur Kenntnis genommen. Es ist vollkommen unklar, was mir die beiden Personen konkret vorwerfen. An einigen Stellen klingt das Schreiben wie eine Rechtfertigung des russischen Angriffskrieges. Man kann Kritik an meiner Position zu Waffenlieferungen an die Ukraine haben, aber man darf auch nicht übersehen, wer den Krieg begonnen hat. Ich sehe dem Verfahren mit Gelassenheit entgegen. Ramelow kann demnach bis Mitte Januar zu dem Ausschlussantrag Stellung nehmen. Danach muss die Schiedskommission entscheiden, ob ein Verfahren eröffnet wird. Wenn Russland eröffnet wird, wenn Russland eröffnet wird, das bedeutet, die Tanks oder Truppen crossen die Bordelung der Ukraine wieder. Dann wird es nicht mehr ein Nord Stream 2 geben. Wir werden einen Ende bringen. was how will you how will you do that exactly since the project and control of the project is within Germany's control we will I promise you we'll be able to do good messages good messages good messages good message that we all zusammenhalten was Putin niemals erwartet hätte that was a no small one and that's deinet wegen ernsthaft because it's a lot of discussion as we were not in the overgangs phase and a lot of work but you have a great job and we thank you for it thank you thank you